Warum? Das war das allerletzte Mal. Das allerletzte Mal. Ja, super. Ich geh sie dir gerne gut. Wir haben sie dann noch mal. Doch die Passage. Das war jetzt 100%ig. Wenn ich das einigermaßen überstehe, dann... Wenn du mal runterkommst. Ja. Das Problem ist ja noch gar nicht. Dann lasst uns aber irgendwelche. Das sind recht so versicherte Tage. So ein Schreck. Also, das muss man schon mit 2,50 Jahren werden. Nein. 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 Deine Beste bitte. Die erste 6 Wanderungen waren wunderbar. Weil man nicht von heute zu heute gelaufen ist. Nein, da ist das. So ein Dreck muss ich mir reinziehen. So ein Dreck muss ich mir reinziehen. Ich glaub's doch nicht. Wenn das Seil weg macht, dass ich... dass ich alle abstürfe. So ein Dreck, du. So ein Dreck, du. Fick, du Scheiße. Schau mal. Mal ein paar Rüssig spielen. Gleich oben. So.